Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. 8.4 Der Alte Achti Vol. 2 Im Juli 2020 erschien mit Didi das letzte Album von Fizzle. Etwas mehr als ein Jahr später steht nun das 9. Soloalbum des Hamburgers an. Das Album ist die Fortsetzung des im Dezember erschienenen Releases Der Alte Achti Vol. 1. Der Alte Achti Vol. 2 beinhaltet 14 Tracks. Features kommen unter anderem von MC Boogie, Reeperbahn Karim und Saeed. Das Album kommt über Steuerfrei Money und erscheint als Box. Ufo 361 Destroy All Copies Das letzte Release von Ufo, Stay High, erschien im April 2021. Vier Monate später kommt der Berliner nun mit seinem nächsten Soloalbum. Destroy All Copies kommt mit 13 Tracks, Features wurden keine bekannt gegeben. Das Album kommt über Stay High und erscheint als CD, als Bundle und auch als Box. Baci, Ghetto Pavarotti Baci ist ein junger Rapper aus Köln. Bekannt wurde er vor allem durch seine Features auf den letzten beiden Alben von Contra K. Jetzt steht sein Debütalbum an. Ghetto Pavarotti beinhaltet 12 Tracks, Features wurden keine bekannt gegeben. Das Release kommt über Letzte Wölfe Records und erscheint digital. Moses Pelham Nostalgie Tape Moses Pelham zählt zu den Urgesteinen und Wegbereitern im Bereich Deutschrap. Im März 2020 erschien mit Emuna das letzte Album von Moses. Jetzt steht das achte Soloalbum des Frankfurters an. Nostalgie Tape kommt mit 14 Tracks, Features gibt es unter anderem von Materia, Namika und Vega. Das Album kommt über Pelham Power Productions und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.